1.200 Volunteers, über 22.000 Zuschauer und 11 Medaillen für die heimischen Sportler. Für die Verantwortlichen der Europäischen Olympischen Winterjugendspiele in Vorarlberg und Lichtenstein sind das nur ein paar Zahlen der erfreulichen Bilanz der vergangenen Woche. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Mendel sieht die Ziele sogar übertroffen. Wir haben sicher nicht mit so vielen Zuschauern gerechnet. Es gab auch Experten, die behauptet haben, dass man keine Volunteers finden wird. Trotzdem haben wir über 3.000 Bewerbungen gehabt und haben 1.200 tolle, freundliche, hilfsbereite Volunteers gehabt. Die ganze Polizei, Rotkreuz, also die ganzen Blaulichtorganisationen haben sich so toll auch präsentiert und uns unterstützt. Den Zuschauern den Weg gezeigt, haben wirklich ihre Funktionen in einer äußerst freundlichen, hilfsbereiten Art durchgeführt. Also sensationell. Auch die Zusammenarbeit zwischen Vorarlberg und Lichtenstein war für alle Beteiligten ein voller Erfolg, bestätigt ÖOC-Präsident Karl Stoß. Es war ein Experiment für uns alle, weil es das noch nie gab, bei der Olympischen Familie über zwei Länder hinweg eine Veranstaltung zu organisieren. Am Anfang vielleicht etwas holprig, weil man natürlich mit zwei Regierungen zu tun hat, ein gemeinsames Budget zusammenbringen muss. Aber wir haben uns auch sehr schnell ausgesprochen, wir sprechen ja dieselbe Sprache. Man ist auch sofort auf einen gemeinsamen Nenner gekommen und jetzt muss ich sagen, das hat sich mehr als gelohnt. Das ist ein ganz tolles Experiment. Wie wichtig aber solche Wettkämpfe für den Nachwuchssport gerade im eigenen Land sind, liegt für Männle auf der Hand. Ich glaube, dass das Niveau hier bei diesen Jugendspielen derartig hoch ist, dass die Auszeichnung sich dann für weitere Aufgaben zu qualifizieren durch solche Jugendspiele sehr groß ist. Das Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro ist laut Sportlandesrätin Bernadette Männle aber nicht nur wegen dem sportlichen Aspekt gut ausgegebenes Geld. Es bringt auch natürlich vom Touristischen her was. Es sind immerhin über 900 Athletinnen und Athleten mit den Trainern, 1500 Personen circa. Das sind auch die Gäste von morgen und Vorarlberg hat sich als hervorragendes Gastland präsentiert. Das wurde in die Welt hinausgetragen. Das ist auch eine Chance und das ist ganz was Besonderes.